Herzlich willkommen hier auf Funvel. Wir spielen Guess It und ja, wir sind, oh, Freezy muss bauen. Wir müssen raten, was Freezy baut. Oh nein! Einfach in den Chat schreiben, ne? Ja. Was? Du musst bauen. Du musst bauen. Aber das ist das Wort, was mir vorgegeben wurde. Ja, ja. Richtig. Das hast nur du gesehen und wir müssen in den Chat schreiben und wenn wir es richtig haben, dann sieht man das. Ja, wir spielen einen neuen Spielmodus. Alle zusammen. Genau. Wir sind auf Guess It gewechselt, auf Funvel.eu, das muss man dann dazu sagen. Hab ich gesagt, ja. Aber hallo. Backman mit Fledermix. Fledermix. Ich hab... ich hab... Das ist ein deutscher Körper bei mir. Was machst du da? Ich kann nicht... ich kann nicht... Ich weiß noch, ich muss... Aber ich kann mich nicht konzentrieren... Aber ich kann mich nicht konzentrieren... Man fand... Jetzt kommen hier die Insider, weißt du. Was? Hebel? Nee. Ich hab's. Nee, ich hab's. Nee, ich hab's. Hä? Aber ich hab nur noch einen Punkt gekriegt. Ach, weil zwei schneller warten. Was? Ich weiß nicht, was ich sonst noch bauen soll. Das hast du gut gebaut, man sieht das. Wir müssen einfach nur dran denken. Oh, ich weiß nicht, wie das Ding heißt gerade, man. Nein, das ist kein Flightstick. Oh. Ein Joystick. Ein Joystick. Ja. Oh, ich bin... Was? Was soll ich... Was? Oh Gott. Oh Gott. Kann mir auch ein... Baumelien. Äh. Inkompeten. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, Freezy. Oh. Boah, Freezy. Ja, das soll sie bauen. Ach nee. Hm. Hä? Keine Ahnung, wie ich das darstellen soll. Erst war's ein Gesicht, jetzt ist es kein Gesicht mehr. Versuch's, glaub ich, anders. Was? Ähm. Ja, Baumel. Ach du Kacke. Ja. Ich hab keine Ahnung. Ich auch nicht. Eine Fahrerbrick. Eine Fahrerbrick. Ich muss mich mal anders hinstellen. Ich hab keine Ahnung, was da sein soll. Okay. Soll ein Pfeil sein. Ja, genau. Was ist denn das hier? Auto? Autorin? Das sieht ziemlich hässlich aus. Warum ist bei mir eigentlich jetzt so ein Haken drin? Du? Oh, Ticket. Ja, na, was? Ich hab gedacht, ich fang mit einem großen Ticket an. Dann dachte ich, ich komm nicht klar. Dann hab ich gedacht, ich versuch einen Zug zu bauen. Keine Ahnung. Aber das ist auch echt schwer. Ja. Durch den Zug, Dicket. Was hätte ich in der Rappen sollen? Der Bart. Brücke. Wow. Oh, scheiße. Du hast verstanden, dass man das nicht... Ja, hat er nicht. Ja, hat er nicht. Aber er hat auch noch Brücke geschrieben. Brücke ist schon wieder falsch. Alter, was geht bei dir? Oh, der Wiesi. Scheiße. Weißt du? Wiesi. Brücke. Aber guck mal, was das andere Typ geschrieben hat. Brücke, Brücke, BTF, Leute. Toll. Ah. Ey, Picknick ist auch gut gewesen. Hä? Hä? Warum haben wir eigentlich... Achso, der Haken heißt, dass die Leute schon gebaut haben, oder? Halt. Kann das sein? Weiß ich nicht. Aber so die Wörter, die man wo denken, das ist das oder das haben wir ja schon. Das... Macht der da was Gelbes hin? Da. Ja, hier in Gelben Block hat er dahin gemacht. Ach, der meint bestimmt von der Seite gucken. Hä? Hä? Okay, Potter. Ich hab keine Ahnung. Teleskop. Boah. Das ist aber auch echt schwer. Alter, wie soll man das darstellen? Das ist echt... Hat er gut gemacht? Ja. Ja. Ja, aber da musst du halt auch drauf kommen. Na ja. Äh. genau das wollte ich auch gerade schreiben muss schneller gehen Patrick ich verstehe es nicht doch Mikes Dings war schon ein Tipp und daran dachte ich auch erst ich hätte erst das schreiben sollen du musst du viel Platz hat das einer von euch? ja ich wusste echt nicht ich wusste auch nicht ob man es so gut erkennt immer wenn ein Blink kommt hat es einer heran du meine Fret so jetzt noch nichts Orange 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 Hallo Jana willst du mal hier weg gehen hier guck ich wieso darf ich hier nicht mitgucken? nein darfst du nicht wie kann der denn das schon erraten haben? entweder spielen die zusammen oder man erhält das wer hat das erraten jetzt? erb's was? nein es ist doch bestimmt oh lol nee aha ich dachte erst an einen Schiff wie soll ich das denn bauen? warum schreibst du mal gleich Alien, Android und so'n Scheiß los? weil ich die extra maganzesten Wörterband hier hatte und wenn einer sagt äh ja durch das bauen dann macht er das Nicola oh Gott Batman hihihi hihihihihihi der Herr Pangio hat schon man muss halt Systematis durchgehen was man da sieht Patrick ist nah dran, muss ich sagen. Oh, wenn der nah dran ist. Bogenschütze, ja. Oh, Bogenschütze! Also, Bogen hat man sofort erkannt. Ja genau, Bogen hatte ich auch. Dann hatte ich gedacht, vielleicht soll ich eine Harfe sein, weil Bogen war es ja nicht. Aber Bogenschütze. Ist aber auch schwierig, also. Kann man da unten auch Leute spawnen? Ja, ne? Äh, ne, glaub nicht, ich weiß nicht. Muss man probieren. Kann man da unten spawnen? Aber, ne. Wie jeder Baum macht. Hä? Ist doch easy. Wie das ist? Rodung kennengeschrieben. Ne, Rodung ist falsch. Ja. Ihr habt ja euch ein bisschen verschrieben. Ach. Oh, ich hab's falsch geschrieben. Ich hab's falsch geschrieben. Oh, und? Aber ihr habt's genau gleichzeitig falsch geschrieben. Läuft bei euch. Eigentlich müsste ich jetzt nichts bauen, dann hab ich schon gewonnen. So, das habt ihr jetzt schon mal, oder? Das ist was es ist. Ich hab's falsch geschrieben. Ach, ähm. Ach. Ähm. Wie heißen sie? Nein! Äh. Äh. Ach. Hab's. Nein! Jawohl! Fickst du jetzt auf. Läuft. Ach. Okay. Na, natürlich. Nicht irgendwie. Ja, er lächelt. Ich weiß es nicht. Komm schon. Hä? Na, was macht der? Oh. A Surfer. Och, Mann. Ich dachte, er ist verschrieben weißer Brett. Ist rum? Ja. Du hast gewonnen. Wir sind set und ich bin nicht das Letzte. Ja, mein Lieben, wenn es euch gefallen hat, Like da lassen. Ruhig mal in die Kommentare schreiben, wie es euch gefallen hat. Und schaut bei den anderen vorbei. Die stehen in der Beschreibung. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Ciao.